Das Berg Ultim Elite Flatground 500 Black ist unser neuestes, größtes und leistungsfähigstes Trampolin. Ebenso wie die Olympischen Trampoline ist das Ultim Elite rechteckig. Dadurch kannst du auf der gesamten Länge und Breite sehr komfortabel springen. Auf einem rechteckigen Trampolin lassen sich die Sprünge auch besser kontrollieren. Der Schutzhand mit tollem grafischem Design ist mit 45 mm dickem Material gepolstert und 440 mm breit. In Kombination mit dem übergroßen Sprungtuch gewährleistet dies eine großzügige Überlappung der Federn. Der Elite Schutzhand besteht aus qualitativ hochwertigem PVC und ist mit UV-beständiger Beschichtung versehen. Der Schutzhand hat eine besonders lange Lebensdauer. Der Design Schutzhand liegt perfekt auf dem Rahmen und wird mit Blick fürs Detail hergestellt, was unter anderem an den extrem starken und attraktiv verarbeiteten Nählen zu erkennen ist. Auf den Elite Schutzhand wird eine Garantie von 5 Jahren gewährt. Das Bergultime Elite ist mit dem Airflow Sprungtuch und Twinspring Federn ausgestattet. Das Airflow Sprungtuch lässt 50% mehr Luft durch, wodurch du höher springen kannst und weniger schnell ermüdest. Die Twinspring Federn sind dank ihrer schrägen Anordnung besonders lang und flexibel. Diese Kombination gewährleistet einen höheren Springkomfort und einen sehr großen perfekten Sprungbereich. Die Flatground Trampoline von Berg lassen sich vollständig in den Garten integrieren. Das Ultim Elite Flatground kann mit einer Aero Wall geliefert werden. Mit dieser abnehmbaren Springwand machen Übungssprünge und tolle Tricks noch mehr Spaß. Die aufblasbare Wand hat dank des starken Rahmens einen sehr soliden Stand und lässt sich ganz einfach installieren und wieder entfernen. Im Winter kann die Aero Wall ganz einfach und kompakt verstaut werden. Dieses Elite Trampolin ist in der Größe 500 x 300 cm lieferbar.